Türkei blockiert Bosporus und die Dardanellen für alle Kriegsschiffe. Präsident Erdogan berief sich auf den Vertrag von Montreux. Demnach kann die Türkei die Durchfahrt der Meerengen in Kriegszeiten einschränken. Ankara hatte den russischen Angriff auf die Ukraine vergangene Woche als schweren Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region verurteilt. Schwere Überschwemmungen im Osten Australiens. Dabei sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Hunderte Bewohner warten immer noch auf den Dächern ihrer Häuser auf Hilfe. Rettungsdienste warnten vor schweren Sturzfluten bei Brisbane. Vorausgegangen waren tagelange heftige Regenfälle.